ja dann hallo wo bist du da so lernen was du willst punkte hast du jetzt so der server ist perfekt für single spieler die auch nicht viel zeit haben den den ihr da habt ja ist doch gut aber du levelst halt wirklich irre schnell ich bin ja jetzt schon level 10 also die schiefen bäume lasse ich drauf würde ich glatt sagen wir packen das hier mal alles in den schrank und dann gehen wir mal auf der anderen seite holz farmen weil hier ist nichts mehr die bäume die jetzt stehen die bleiben auch hier stehen wollte ein bisschen grün auf inseln lassen schwerfälliges tier jawohl ja mal die achse weg so was hat die denn alles schon drin zack zack bei warte mal ich kann doch mal eben die wände aufstellen bumm ich glaube unser herr joby hat gerade das mikrofon geknutscht entschuldigung ja das mikro ist halt press über meiner hand das war keine absicht ich habe keine verknallten jetzt ja du hast das ja auch nicht so wie wir so kommt das nämlich alles darüber die wände wurde ich raus na 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 da da ne nicht wegschmeißen da rein so tierchen da bleibst du mal kurz hier stehen und ich verteile mal eben paar wände aber wir können da vorne glaube ich wunderbar raus so na erst hier dann da was sehr aufregendes wenn man erstmal jede wall macht und die welches rüber schicken viel erfolg wieder mit den donos lass dich für nicht von ihm töten du es gibt wohl auch krebse die manchmal auf einen losgehen also ich würde das nicht unterschätzen man kriegt schaden man kann glaube ich schaden ja ja soll wohl auch möglich sein dass die viecher ausrassen ich glaube aber ich werde mich mal kurz rüber porten wollte ich mich rüber ich kann eine gute diät empfehlen erst mal so ein bisschen rausnehmen hallo das ist ja das geht so schnell ich lerne die ganze zeit schon nur noch sachen ja das ist ja super geil wo hast du die hütte hingebaut hier noch gar nicht ich habe noch keine gebaut nein wo bist du denn wo stehst du denn ja dann das einzige ich sehe keinen namen hier okay gibt irgendeine taste dann kann man doch die namen ausschalten aber ich weiß auch nicht mehr welche taste das ist muss ich ausprobieren sooo es gibt so viele befehle in diesem spiel ich kann mir die auch nicht alle merken machen wir erstmal eine holzhütte oder machen wir erstmal eine steinhütte das war jetzt grad mega leck ja mal gucken was ist in der amt schon sooo wir brauchen holz 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 gehen wir mal kurz hier rüber so einmal ausdauer auftanken kann ich sagen jetzt hat ein krokodär drüben nö drüben ist ein strike ich glaube hier ist es sehr niedrig ja ja hast ja noch ein bisschen zeitpixel ne wenn du montag eine klausur schreibst aber der moment wo man feststellt dass man was vergessen hat ne das kennen wir alle neobi das kennen wir auch noch ach quatsch dann kann man ja auch wieder lernen hier unten also ich hatte den ja die hab ich schon lernen ich hatte den moment meistens morgens vor der klausur ach verdammt heute schreiben wir ja ja ich glaube jetzt macht eh keinen sinn mehr zu lernen wenn dann erst morgen ach so die keller ausdauer mehr so die 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 haben im stream im moment läuft sie müssen überall da kannst du mit arg nicht gegen an stinken Ja, würde ich sagen, geht heute wählen. Ist das heute? Heute, ja. Ich habe hier keine Wahlbenachrichtigung gekriegt. Ich bin ja in Niedersachsen. Ich kriege ja immer per Post vorher. Du kriegst ja früh genug per Post schon Bescheid. Ja. Und ich kann zu jedem empfehlen, auch plötzlich zu wählen. Ja. Oh, zwei Stangenbände kann ich schon bauen. Oh. Wow. Halbes Haus. Ja. Und gleich wieder Level ab. Ja, mein Dino hat hier auch irgendwie einen Level ab nach dem nächsten. Ich weiß gar nicht, wie groß seid ihr auf dem normalen Server eigentlich mittlerweile? Unseren? Ja. Ja. Warte. Warte. Hallo. Ja, Gando wird wahrscheinlich schon fast ausgeskillt. So groß bin ich ja noch gar nicht. Ach komm, wie groß bist du? 85? 87? Ich glaube 85. Siehste. Jobi ist wahrscheinlich auch nicht mehr weit entfernt von der 80. Wenn er nicht sogar schon 80. Also ich bin 78. Drop. Ja. So jetzt habe ich natürlich kein Dings dabei. Kein Fiber. So. Mal das Holz noch. Und dann gehen wir mal auf in die Basis. Haben wir noch irgendwie Obst jetzt eingepackt? Nö, ne? Nö. Nö. Ey, dieses ganze Lärm, ey. Komm. Lauf. Ey, Jobi, ich glaube ich level die 200 und dann nur das. Dann lerne ich jetzt am Scheiße. Ich level bis 100 und dann lerne ich jetzt am Scheiße. Ich level bis 100 und dann lerne ich jetzt am Scheiße. Ich level bis 100 und dann lerne ich jetzt am Scheiße. Ich level bis 100 und dann lerne ich jetzt am Scheiße. Mulcher, wo ist der denn? Ganz unten. Aber Mathe ist schon nervig. Mathe war nicht mein Fach. Und immer du von was. Ich weiß nicht, worüber geht es in der Klausur? Äh. Das ist die Antwort. Äh. 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 Könnte von mir stammen. Wenn ich das mal wüsste, das ist gut. Das nenne ich mal prima vorbereitet. Weißt du, was du zu tun hast? Erstmal nachher den Kollegen deines Vertrauens anschreiben und nachfragen. Nee, ich hol's ja hier ab. Du holst da ab? Ja, der baut den Regenwald ab. Braucht doch eh keine. Wie war das? Veganleben ist auch schädlich für die Natur, ne? Mhm. Ausgebogen macht's. Irgendwas mit Zahlen. Irgendwas mit Zahlen macht er am Montag in der Klausur. Boah. Boah. Das ist gut, ja. Das ist wie im Deutschunterricht. Ich glaub, da kommt irgendwas mit Worten. Ich hab das einmal gebracht in der Oberstufe in der Elf, ne? Da war irgendwie Deutsch. Der hat einfach mal einen Spontantest gemacht. Ich habe, glaub ich, geschafft, meinen Namen drauf zu schreiben. Besonders du musst, wenn du mal was nicht weißt, du musst, damit das als anwesend gezählt wird, und wenigstens deinen Namen auf diese Zettel schreiben. Ist genau wie, glaub ich, in der Uni. Ähm. Und ich hab, glaub ich, irgendwo ein Wort hingeschrieben. Und ansonsten hab ich dem ein riesengroßes Fragezeichen drauf gemalt. Auf dem Test. Es gab eine Fünf. Hm? Oder eine Vier. Ach, boah, schon voll. Ja, auf jeden Fall war das, äh, der hat sich voll verarscht gefühlt. Das muss er erst mal bringen. Das muss er erst mal bringen. Der kriegt ruhig weiter da. Wie, ja, wieso hast du Lederklamotten gemacht? Weil ich Lederklamotten gebaut habe. Hast du Leder, ja? Wo hast du das hergekriegt? Ich hab hier einen Trike und einen Dodo getötet vorhin. Fach, brecher du. Nun sagst's mir nichts. Ja, der teilt auch nicht, ne? Ne, der teilt auch nicht einmal da bauen. Ich will dir was drüber schmeißen. Der deckt nur an sich, der Kerl. Bitteschön, hast du auch Leder. Der hat mir grad mein ganzes Leder gezogen geworfen. Der denkt nur an sich. Der hat mir hier geworfen. Der kann sich nicht mehr gehen, ey. Naja, bisschen laufen darfst du schon. Vielleicht schmeiß das auch noch kilometerweit weg, ey. Das ist ein Kerl, ist das, ey. Ja? So sind's halt. Wieso krieg ich... Du wolltest grade was sagen, Ganno? Los, der Robi. Lederklamotten. Drei Stück noch. Zuckig. Zuckig. Und nicht mehr. Oh ne, jetzt hat er die letzte Wand auch noch umgedreht. Ich kack... Ich brech ins Essen, ey. Wollt ihr jetzt schon wieder auffahren? Was? Hä? Ob da? Ich hab' gefordert, ob du jetzt schon wieder auffahren darfst. Wer? Du. Wieso? Weil du gesagt hast heute noch nicht. Hä? Ach, guck mal, dass schon wieder Dailo. Ich glaub, Yobi weiß grade nicht mehr, worum's geht. Weiß ich auch wirklich grade nicht. Ich hab' doch grade gesagt, hol Leder. Das sag' du heute nicht mehr. Ach so. So. Ach komm. Ich muss den ganzen Scheiß wieder lernen hier. Ohhhh. Eine Runde Mitleid. Ich hab' mich jetzt zu wertvoll eigentlich gelernt habe. Ja, hab' ich. So hab' ich ja auch noch zwei belegen möchte. Gut. Mega Buck Revellant. Okay. Mega Zement. Was soll denn das jetzt? Mega Spark Powder. Okay. Keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich durchs Mod Pack irgendwas haben, oder? Irgendwas wird der da schon installiert haben. Das ist ja nicht Standard. Das ist definitiv nicht Standard, aber sieht witzig aus. So. Wie sieht's aus mit dem Holz? Holz, Holz, Holz. Ja. So viel Obst brauchen wir alle gar nicht. Steht ein Pflanzenfresser. Der hat so viel zu fressen wie für 10. Alles raus, raus, was keine Miete zahlt. Aber Holz können wir noch ein bisschen... Ja. Zack. »Alö« »Hey, Dobi, ich kann mir schon den Mieter kapotten.« »Das kann ich auch schon.« »Oh, jetzt kann ich auch schon.« »Oh, super. Das spawnt genau einen Bronto von mir.« »Eisen und Pinke kann ich auch schon.« Im Bronto sollte ich jetzt nicht anhitten mit meinem kleinen Trike. So. Das war ein bisschen Musikhörn nachher. Radio? Ja, wir können auch Radio von dir lernen. Das gibt es auch im Normalen. Das ist eigentlich nichts anderes als, dass du mit einem Headset so sprechen kannst, dann halt mit den Leuten. Ach so. Über weite Entfernung. Sonst können die dich ja nur über kurze Entfernung hören. Ach so. Ja, so viel haben wir hier nicht. Ach guck mal, das ist mein Freund, der Dailo. Hallo? Ja, oh Gott, Dailo, ich suche jetzt Leder, weil sonst können wir gar nichts mehr machen, wenn wir kein Leder haben. Wenn du dir bei Windows 10 Felder Meldung im Windows 1995 Design bekommst. Habt ihr verstanden, Jungs? Nö. Dieser Moment, wenn du bei Windows 10 Fehlermeldungen in Windows 95 Design bekommst. Oh. Danke. Danke.